Gradu, oder auch die Goldene Insel genannt, liegt an der Nordküste der Adria. Die Lagune besteht aus labyrinthartig angeordneten Inseln. Durch einen schmalen Landstreifen ist sie mit dem Festland verbunden. Die Lagune ist in der Nordküste der Adria. Die Lagune ist in der Nordküste der Adria. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.